Grüezi, bin ich hier richtig? Vielen Dank. Moin, das Kligit, bitte spuhl. Guten Tag, ich hoffe ich bin hier richtig. So ein Nest. Hallo, das Kligit, bitte ihr Freund. Grüezi, bitte sehr. Dankeschön. Hallo, hier mein Kligit, vielen Dank. Hallo, mein Kligit, danke sehr. Servus, ich hoffe ich bin hier richtig. Hier, Freund. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im Hintergrund. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hallo und willkommen zu Flixbus. Wir sind glücklich, dass wir dich an Bord haben und dass wir dich an Bord haben können. Bevor wir starten können, wir möchten ein paar Informationen über die Fahrt übernommen. Die Wearing von Seatbelts ist compulsory an Bord der Buss. Therefore, bitte gebt ihr Seatbelts festen über die ganze Fahrt übernommen. In der Seatpocket in front of you, you will find our Information Card containing further safety instructions und details of our snacks und beverages. There is a restroom located in the rare boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard wifi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy travelling with Flixbus. with Flixbus. Very nice. There is, everyone . as we canoraán prodig件 Auf geht es zum Flächenstück, auf der A81 Richtung, zwischen Heilbronn und Wirtzburg. Auf dem rechten Fahrstreifen steht ein brennendes Fahrzeug, mit Sicherheit der einzigste Ort, weite breit, an dem es gerade schön kuschelig warm ist. Das war aber noch nicht das Ende. Auf der A81 Richtung Berlin, zwischen Heilbronn und Wirtzburg. Massive Verkehrsbehinderungen durch Polizeikontrolle. Auf der A81 Richtung Berlin, zwischen Heilbronn und Wirtzburg. Auf der A81 Richtung Berlin, zwischen Heilbronn und Wirtzburg. Auf der A81 Richtung Berlin, zwischen Heilbronn und Wirtzburg. Auf der A81 Richtung Berlin, zwischen Heilbronn und Wirtzburg. Auf der A81 Richtung Berlin, zwischen Heilbronn und Wirtzburg. Auf der A81 Richtung Berlin, zwischen Heilbronn und Wirtzburg. Auf der A81 Richtung Berlin, zwischen Heilbronn und Wirtzburg. Auf der A81 Richtung Berlin, zwischen Heilbronn und Wirtzburg. WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH